Kapitel 13 Der finstere Allwissende Die folgende Nacht verlief von allen Seiten ruhig. Auch ich konnte in Ruhe schlafen und hatte keine Albträume. Am nächsten Morgen wachte ich von selber auf. Die Sonne stand bereits am Himmel. Alle außer Günther schliefen noch. Er saß am Lagerfeuer und schnitzte sich mit Hilfe eines Steines irgendetwas aus einem Stück Holz. Ich streckte mich ein wenig und stand auf. Ich setzte mich ebenfalls an das Lagerfeuer. Wechselt uns heute etwa nicht schon ewig vor Sonnenaufgang? Bist du krank? Nee, ich dachte ich lasse euch heute mal ausschlafen. Die Kraft werdet ihr noch brauchen. Ich saß eine Weile ruhig am Feuer und sah ihn beim Schnitzen zu. Was soll das denn werden, wenn's fertig ist? Da fragst du den Falschen. Ich hab keinen Plan. Denk dir selber was aus. Wieder wurde es eine Weile ruhig. Nach einigen Minuten atmete ich tief durch. Kann ich denn ein paar Fragen stellen, Günther? Kannst du schon. Ob du antworten kriegst, ist was anderes. Er begann zu lachen. Also, schieß los. Warum hast du Scheinux angelogen? Warum hast du ihm erzählt, ich wäre sauer auf ihn? Er legte sein Werkzeug aus der Hand. Musst du gleich so beginnen? Naja, okay. Ich werd ehrlich sein. Ich hab mitbekommen, dass du dachtest, ich will euch auseinander treiben, weil ich noch einen Groll gegen Necroz mal hege. Das ist falsch. Es ist eher so... Naja... Er wirkt etwas verlegen. Es ist eher das Gegenteil. Ich hab gehofft, wenn ihr nichts mehr miteinander zu tun habt, kehrt er nach dem Abenteuer vielleicht nicht wieder mit euch zurück, sondern bleibt in seiner alten Welt. War aber eigentlich Schwachsinn, muss ich zugeben. Okay, ich muss zugeben, du überraschst mich immer öfter. Vorgestern wollte ich noch eine Art Rebellion gegen dich anzetteln und heute... Ich weiß, dass du das wolltest. Woher weißt du sowas immer? Tja, das weiß ich auch. Du aber nicht. Also, sonst noch was? Ja, weil die Determination hat ja die Möglichkeit, mit einer einzigen Handbewegung Welten zu zerbersten. Wie sollen wir das überleben? Ach, da musst du dir gar keine Gedanken machen. Das kann uns gar nichts. Er sah auf den seltsamen Stern in seiner Hand. Und noch eine letzte Sache. Wie kannst du hier sein? Die Determination hatte doch die Kontrolle über dich übernommen, dachte ich. Er schien nachzudenken. Das Genaue erkläre ich euch, wenn wir gewonnen haben. Aber für jetzt kann ich dir sagen, ohne dieses Prachtstück hier... Er hielt den, wie er bei der Beschwörung des Portals gesagt hatte, dunklen Stern hoch. Wäre ich jetzt garantiert nicht hier. Er nahm seinen Stein wieder in die Hand und schnitzte weiter. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis die anderen auch aufwachten. Sie waren ebenso verwirrt, wie ich es zuerst gewesen war, aber alle wirkten gut erholt. Ich selber hatte meine Meinung über Günther an diesem Morgen deutlich geändert. Er war nicht der, den ich aus der Legende erwartet hatte, aber er schien ein relativ freundliches Pokémon zu sein, wenn man ihn einmal richtig kennengelernt hatte. Nur in manchen Bereichen etwas unheimlich. Nachdem alle richtig wach geworden waren und wir sogar ein kurzes Frühstück genießen durften, brachen wir endgültig in Richtung Berg der Wahrheit auf. Auf dem Weg redete ich mit den anderen darüber, was ich am Morgen mit Günther besprochen hatte. Sie alle schienen ziemlich überrascht, vor allem über die Sache bezüglich Scheinungs. Er selber war so hin und her gerissen, dass er selber noch einmal mit zu Günther ging und mit ihm darüber zu sprechen. Als er nach einigen Minuten wieder in unsere Gruppe kam, erklärte er uns kurz, was sie beredet hatten. Also Günther hat mir natürlich erst einmal bestätigt, dass es wirklich so ist, wie du es gesagt hattest, Bulby. Er meinte aber, er hätte sich inzwischen seine Gedanken gemacht und es wäre allein meine Entscheidung, was ich am Ende machen würde. Wir reisten somit weiter, in die Richtung des großen Berges, den wir bereits seit dem Vortag sehen konnten. Auf diesem Berg würden wir zum Ende unserer großen Reise aufbrechen. Es kam mir persönlich so vor, als wären wir erst gestern aufgebrochen. Auf dieser Reise hatten wir wirklich schon viele Schwierigkeiten überstanden. Und ich wusste immer noch nicht, ob ich am Ende der Reise verschwinden würde. Aber egal, was noch passieren würde. Diese Reise hatte mir bis jetzt viel Freude gebracht. Viel Wissen, viele neue Erfahrungen und vor allem neue Freunde. Auf diesem Abenteuer hatte ich viel gelernt. Es hatte mich verändert und geprägt. Ich war in diesem Abenteuer an mir selbst gewachsen. Es dauerte nur wenige Stunden, bis wir am Fuß des Berges der Wahrheit ankamen. Und sofort war ich verwirrt. In Florengs Geschichte stand da aber gar nichts von einer Höhle. Warum ist hier kein normaler Aufgang? Der ist auf der Rückseite des Berges. Das sind die letzten lebendigen Reste der alten Zivilisation dieser Welt. Wir müssen in die Kammer am Ende des Tunnels, um den nächsten spirituellen Felsen zu finden. Sie sind die einzigen Orte, an denen man zwischen den Welten reisen kann. Und bevor jemand fragt, das Portal, das Floreng genutzt hat, war auch einer. Ja, ja, aber sein Gegenstück wurde zerstört, deswegen gibt es für uns nur diesen hier. Also können wir weiter. Günter, der Tunnel vor uns beinhaltete beeindruckende Monumente. An manchen Orten waren die neuen Steinschichten von den Wänden geschlagen und man konnte satsame Zeichnungen sehen. Überall befanden sich teilweise zerstörte und teilweise intakte Säulen. Manchmal konnte man sogar einige Gegenstände in den Trümmern finden. Dieser Ort hatte mich wirklich in seinen Bann gezogen. Günter, die dunkle Welt ist ja auch eine Parallelwelt zu unserer. Das heißt, so einen Ort muss es dort ja auch geben. Wo kann man das denn finden? Ich würde zu gerne sehen, wie es dort aussieht. Dann mal viel Spaß dabei, da reinzukommen. Der Berg der Wahrheit hat in eurer Welt einen anderen Namen. Den Gipfel der Legenden, nennt ihr ihn. Du meinst, der Berg, an dem die legendären Pokémon sich versammeln? Das hier war eins der Berg dieser Welt? Das hast du richtig erfasst, Ivi. Hinter diesen Zeichnungen steckt sogar eine Geschichte. Er blieb kurz stehen und überlegte. Ach, wisst ihr was? Ich hab heute gute Laune, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Ich erzähl euch die Geschichte. Weil alle hörten gespannt zu. Also, erst einmal, wenn ihr je in die Berghöhe in eurer Welt gelangen würdet, dann würdet ihr dort keine derartigen Zeichnungen vorfinden. Sie sind erst kurz vor dem Zerfall entstanden. Die legendären Pokémon dieser Welt spürten damals schon das böse Nahen. Sie wussten, dass bald eine Macht erscheinen würde. Die dunkle Macht. Deswegen riefen sie häufig Versammlungen ein. Alle legendären Wächter des Landes versammelten sich, um über die drohende Gefahr zu sprechen. Aber unter ihnen gab es einen, der keine so großen Probleme mit dem Gedanken der Zerstörung hatte. Zudem behauptete er, Visionen zu haben. Seine Visionen verewigte er hier an die Wände, als Warnung an alle Pokémon. Doch sie ignorierten ihn. Sie waren seinen Wahnsinn satt. Zudem sicherte dieses Pokémon ihn zu. Sollte es zu einem Krieg kommen, würde er nicht auf der Seite des Rats der Legenden stehen. So entschied der Oberste des Rates, Arceus, dass dieses Pokémon verbannt werden würde. Sein Status als Legende würde ihm aberkannt werden. Wenn der Rat sehen würde, was bis heute alles geschehen ist. Sie hätten auf seine Warnungen gehört. Er stand auf und ging zu einer Zeichnung. Diese Zeichnung stammt aus jenen alten Zeiten. Vor Jahrhunderten. Seht ihr, was sie zeigen? Ich betrachtete die Zeichnung genauer. Als ich erkannte, was es war. Mir stockte der Atem. Du hast es wohl erkannt, nicht, Bulby? Ganz recht. Das Pokémon hat damals schon gewusst, dass eines Tages Florent diese Welt bereisen würde. Diese Zeichnung zeigt seine Schlacht gegen Günther mit seinem reinen Element. Alle anderen waren ebenso fasziniert wie ich. Und wer war dieses Pokémon, das in die Zukunft sehen konnte? Günther begann seltsam zu lachen. Ich denke, ihr werdet schon oft von ihm gehört haben. Zumindest ist er in der Legende schon oft genug aufgetreten. Scheinux wirkte genervt. Wenn du jetzt nichts Ross mal sagst, dann gehe ich. Wieder lachte Günther. Nein, nein, dieses Mal nicht. So wichtig bist du jetzt auch nicht. Bild dir nichts ein. Sein Name lautet Darkrai. Mir schossen die Erinnerung an Florents Tagebuch wieder ins Gedächtnis. Darkrai. Das Pokémon, das Florent die Wahrheit über ihn erzählt hatte. Das geisteskranke Pokémon. Derjenige mit Techniken, die jenseits jeder Realität liegen. Im Tagebuch hatte Florent sich schon gefragt, ob hinter Darkrai nicht doch mehr steckte als reiner Irrsinn. Und nun mit diesem Hintergrundwissen änderte ich meine Sicht auf ihn noch einmal vollkommen. Irgendetwas Größeres stand dahinter. Darkrai schien mächtiger zu sein, als er wirkte. Gündert beendete seine Erzählung. Aber nicht alle von Darkrai's Vorhersagen erfüllen sich. Er sagte zum Beispiel voraus, dass ein Wesen, gespeist von negativen Gefühlen, geschaffen aus reinem Eis, die Welt heimsuchen würde. Und ein paar Zeichnungen zeigen Dinge, die in der Zukunft geschehen sollen. Doch welche von ihnen wahr werden und welche nicht, das weiß niemand, außer vielleicht das Schicksal selbst. Doch ich denke, dass Darkrai gegenüber der dunklen Macht anders dastand, als es aus den Legenden hervorging. Ich denke, er war nicht ihr Unterworfener. Die dunkle Macht war für ihn eine Art Spielzeug. Er konnte sie nach Belieben manipulieren. Schließlich wusste er, wie sie handeln würde. Er führte unsere immer noch erstaunte Gruppe zu einer weiteren Zeichnung. Dies ist eine der Zeichnungen, die laut Darkrai die Zukunft zeigen. Aber schlau wird daraus keiner. Ich sah mir die Zeichnung genauer an. Was sie wirklich darstellen sollte, war nicht zu erkennen. Doch als ich das Bild genauer betrachtete, gefrore mir wieder das Blut in den Adern. Was ist denn? Dieses Mal kannst du ja wohl nichts Gruseliges darin erkennen. Dazu versteht man's zu schlecht. Das stimmt, ich erkenne nichts, aber ich hab dieses Bild schon mal gesehen. Was? Wo hast du das denn gesehen? Wann und wo? Vorletzte Nacht in meinem Traum. Dieses Mal unterbrach Günther mich nicht. Als ich die Stimme wieder gehört habe. Ich war wieder in diesem Tunnel und ich bin mir sicher. Diese Zeichnung war dort in dem Tunnel. Ich erinnere mich, es war auf jeden Fall dort. Alle anderen wirkten etwas verunsichert. Nur Günther zeigte ausnahmsweise mal Interesse. In deinem Albtraum? Was genau hat die Stimme denn gesagt? Ich versuchte mich daran zu erinnern. Beim ersten Mal sagte sie, höre die Prophezeiung. Der Finstere wird wiederkehren. Der Herrscher dieser Welt wird zurückkommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Stunde rückt näher. Er zittert vor seiner Macht. Der Meister der Schatten wird zurückkehren. Und beim zweiten Mal wurde es noch schlimmer. Da sagte sie, beendet eure Reise. Haltet ein oder trefft den Zwiegespaltenen. Den König der Schatten. Messt euch nicht mit seiner Macht. Oder sie wird euer Ende sein. Kehrt um, solange ihr noch könnt. Die Stunde ist nah. Ich wünschte nur, ich würde es besser verstehen. Aber als du vorgestern Abend weg warst, habe ich schon mit den anderen darüber gesprochen. Wir denken, es hängt mit der Rückkehr der dunklen Macht zusammen. Günther grübelte einen Moment. Das ist interessant. Er stand wieder auf. Wir sollten weiter. Wir werden auch für diesen Traum noch eine Erklärung finden. Wir gingen weiter durch die Ruin. Es kam mir wie eine lange Zeit vor. Und als ich dachte, wir müssten gleich am Ziel sein, hörten wir eine Stimme. Sie kam aus dem Gang vor uns und prallte an den Wänden ab. Er wird wiederkehren. Der Meister. Nur noch kurze Zeit ist es hin. Ich erkannte die Stimme. Es war dieselbe, die ich mehrfach in meinem Traum gehört hatte. Günther bemerkte meine Angst. Was ist los? Hast du Angst vor dieser Stimme? Kennst du sie etwa aus deinen Träumen? Ich war wieder einmal überrascht. Wie kannst du sowas wissen? Wie? Das ist die Stimme aus deinem Traum? Dass diese Stimme der Angst macht, verstehe ich. Ich finde sie auch gruselig. Aber wenn hier das Pokémon wartet, zu dem die Stimme passt, dann können wir vielleicht mehr erfahren. Weitergehen müssen wir sowieso. Also los. Wir liefen weiter durch den Tunnel. Ich versuchte, meine Angst zu verstecken. Es klappte jedoch nicht. Scheinungshilfe mir zumindest, ein wenig runterzukommen. Nur wenig später kamen wir in einen langen Gang, an dessen Ende ein großer Raum lag. In diesem Raum erkannte ich einen Felsen. Einen spirituellen Felsen, wie Günther ihn nannte. Wir schritten voran, die Stimme lauter in den Ohren als zuvor. Als wir schließlich in den Raum kamen, war dort nichts. Ich atmete innerlich schon durch, doch leider zu früh. Scheinungs starrte mit schockiertem Blick zur Decke. Ich folgte seinem Blick und sah... irgendetwas. Ein Wesen hing an der Decke und starrte auf uns herab. Auf einmal ließ es sich fallen, mitten vor den Felsen. Ich habe euch gewarnt! Kehrt um! Es ist zu eurer eigenen Sicherheit! Dieses Pokémon war derjenige, der mir meinen Schlaf gebraucht hatte. Er war derjenige, der mich im Traum angesprochen hatte, der seine Prophezeiung zu mir weiterleitete. Günther schien überrascht. Wirklich? Du hast meine neuen Mitstreiter im Traum terrorisiert? Von dir hätte ich das nicht erwartet, Giratina! Das Pokémon Giratina, wie mir in diesem Moment klar wurde, Gott der Zerrwelt und Wächter eines Splitters der dunklen Macht, sah Günther verwirrt an. Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich habe dich noch nie gesehen! Günther zögerte tatsächlich einen Moment. Natürlich, mich nicht, aber einen guten Freund von mir. Fleunk. Anstatt einer normalen Antwort begann er wieder mit seiner Prophezeiung. Der Meister! Er wird wiederkehren! In diesem Moment änderte sich Günthers Ausdruck vollständig. Warte, meinst du? Er wandte sich an mich. Bulby. Er meinte nie, dass die dunkle Macht zurückkehren würde. Er hat von Fleunk gesprochen. Dem dunklen Rächer. Das ist eine völlig andere Situation für uns. Eine so viel bessere. Ich bedachte noch einmal alles, was ich im Traum gehört hatte. Es konnte wirklich stimmen. Giratina hatte nie klar von der dunklen Macht geredet. Ja, er wird kommen! Messt euch nicht mit seiner Macht! Sie wird euer Verderben sein! Nun wirkte Günther verständnislos. Warum sollten wir uns mit ihm anlegen? Er ist mein Freund. Und nun lass uns durch. Auf einmal begann Giratina durchzudrehen. Ihr könnt nicht! Er würde euer Ende besiedeln! Der Meister! Er wird wiederkehren! Im nächsten Moment erschien auch Ivelthal, der Wächter des ersten Splitters. Wir werden euch nicht passieren lassen können! Es war eine wirklich angespannte Situation, doch. Mir fiel etwas auf. Aber wenn ihr beide bereits hier seid, was ist mit Darkrai passiert? Warum ist er nicht auch hier? Giratina seid was wehmütig aus. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Er hat nicht mit einer derartigen Macht gerechnet. Siehst du, wenn du uns durchlässt, können wir ihn retten. Er kann dann auch zurückkehren. Ich hatte wirklich erwartet, dass Scheinux mit diesem Argument perfekt getroffen hatte. Doch Giratinas Stimmung wechselte wieder. Nein! Ich kann es nicht zulassen! Nicht einmal für die Rückkehr unseres Anführers! Er und Ivelthal machten sich kampfbereit. Wir wollten es ihnen nachtun. Im Bewusstsein vor dem ersten großen Kampf in der Gruppe zu stehen. Doch Günther stoppte uns. Halte da ein, das wird nicht nötig sein. Ich kümmere mich um die beiden. Er trat nach vorne. Günther führte eine seltsame Handbewegung aus. Ich sah nicht genau, was geschah. Doch ich sah, dass sich Dunkelheit in seinen Händen formte. Sie stammte, so dachte ich, von dem dunklen Stern. Zudem schien seine Augen zu leuchten. In einem Blauton. Ihr beide, Giratina, Ivelthal! Ihr macht uns besser, sofort Platz! Ansonsten lasst ihr mir keine Wahl! Ich rechnete damit, dass beide gereizt werden und auf Günther losgehen würden. Doch es geschah etwas Unerwartetes. Ivelthal verschwand auf der Stelle und Giratina zuckte zurück. Aber, aber... Günther schien eine Wut aufzubauen. Los, beweg dich, sofort! Und tatsächlich hörte Giratina auf ihn und verschwand auch im Nichts. Aber nicht ohne eine letzte Botschaft. Ich habe euch gewarnt. Wenn ihr wollt, dass dies euer Schicksal ist, so sei es. Kaum waren sie verschwunden, sah Günther wieder normal aus. Kommt, es ist Zeit. Wir standen alle ausnahmslos. Einfach nur erstaunt da. Ivi war die Erste, die widersprach. Wie krass war das denn? Die beiden haben sich ja vor Angst fast in die Hose gemacht. Wie hast du denn das geschafft, Günther? Nach und nach fielen wir alle in ihre Begeisterung mit ein. Tja, das werdet ihr schon selbst herausfinden müssen. Das bleibt geheim. Zumindest für jetzt. Also los, die zerstörte Welt wartet. Das bleibt geheim.